Mir gefällt es nicht. Mir gefällt es überhaupt nicht. Was kann ich jetzt hier machen? Kann ich das benutzen? Oder kann ich das nicht benutzen? Komme ich noch zurück? Oh Gott. Oh nein. Genau das meinte ich. Na klasse. Und jetzt? Ist der tot? Nein. Wär zu schön. Ich trau mich ehrlich gesagt nicht. Oh Leute ich hab Angst. Äh. Bist du bekloppt oder nicht? Schleichen? Sorry ich hab mich verdrückt. Die Perspektive ist doof. So. Wie war jetzt nochmal rennen? Das war schleichen. So. Die Taste ist meine Lieblingstaste. Okay. Okay Leute. Es kann interessant werden. Besonders gerade nur mit so einem Scharfschützengewehr. Ja. 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 Hau dir mal auf den Kopf so. So. Ja. Sebastian. So. So. Okay. Das ist echt schwer Leute. Weil die Perspektive total anders gerade ist. Dann. Das ist so eklig. Oh. Ob ich das schaffen werde so schnell. Nein. Ich werde jetzt nicht aufgeben. Ja. 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 Jetzt mach auf hier die Bude. Schnell. Zack. Zack. Ja. Eigentlich möchte ich nicht zu dir. Alter. Okay. Zack. 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 Mach. Mach. Mach schneller. Rückwärtsgang. Okay. Das ist ja noch alles easy peasy. Das ist ja noch alles easy. Okay. 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 Moment. Moment. Ich glaube ich nehme wirklich den. Nee. Du sollst das. Kannst du den nicht ausgerüstet behalten? Boah. Hier ist so viel. Leslie. Du bist sicher. Wo ist? Kid. Kid. Kidman? Ist sie auch hier? Kid. Kid. Geht's ihr gut? Geht's ihr gut? Ihr gut. Geh zurück. Ich mach das auf. Allein. Geh zurück. Ich mach das auf. Wie denn? Wir schießen das auf oder was machen wir? Oh Gott. Okay. So Leslie. Du hast hier Mumu. Das hör auf. Ja. Entspann dich Leslie. Echt jetzt? Das ist eine Patrone. Eine einzige Patrone. Boah. Moment. Ihr wisst jetzt, was kommt. Ihr wisst, was jetzt kommt. Okay. Hier ist wirklich nix mehr. Okay. Nice day. Ich lass jetzt meine Kamera drin. Weil Leslie rennt jetzt schon wieder weg. Und ich glaub, ich hab jetzt gleich ein Problem. Ja. Was? Was ist das denn? Super. Leute. Äh. Stopp. Moment. Moment. Oh. 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 Ich hab Angst vor dem, ich will nicht. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Autsch! Okay. Es macht doch was! Oh fuck, ah! Nein! Das gefällt mir gar nicht! Äh... Hallo? Puh! Oh fuck! Oh, Alter! Mach mir nicht schwach, du! Oh, ich häng hier schon wieder in der Ecke, weil ich auf die Gucke. Oh, echt jetzt? Alter! Oh ne, echt jetzt? Nein! Nein! Ich hab mich schon gewundert, was da so leuchtet! Ah! Schon wieder wie so ein Mädchen geschrien. Naja, ich bin ja auf eins. Munition alle! Oh ne! Äh, warte mal! Das... Ja, das ist mies! Das ist mies! Das ist richtig mies! Oh, du bist tot! Gott sei Dank bist du tot! Und jetzt kommt auch noch Gas! Witz! Witz, oder? Oh, keine Position! Gar nichts! Äh... Ist jetzt ein Witz, oder? Kann ich jetzt... Äh... Äh... Ich sterbe! Mach das! Mach das! Mach das! Mach das! Ja, was soll ich denn machen? Ich seh' nicht schwer! Ja, ich werde sterben! Ich werde sterben! Ich werde sterben! Äh... Wo bin ich jetzt? Bin ich nicht? Äh... Wo bin ich jetzt? Bin ich nicht? Okay, ich werde nicht sterben! Oh, komm! Mach schneller! Mach einfach schneller! Mach einfach schneller! Mach einfach schneller! Mach einfach schneller! Er kommt schon! Ist jetzt ein Witz, oder? Ich seh' ihn überhaupt nicht! Ich weiß auch nicht wohin! Ich weiß auch nicht wohin! Ich weiß auch nicht wohin! Ja, klasse! Hier? Ah! Sehr schön! Mach schnell zu! Mach zu! Mach einfach zu! Mach einfach zu! Scheiß egal! Äh... Jetzt komm hier bitte nicht rein! Mit der rechten Hand ist ein bisschen schneller! Hallo! Hallo! Äh... Warum bleibt dieses Ding nicht tot? Why? Äh... Scheiße! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Hallo! Guter Mann! Oh! Äh... Äh... Ja! Töte mich! Toll! Ich hatte doch noch 14 Schuss! Hab ich das grad richtig gesehen? Äh... Dem will ich jetzt noch! Ich will... Oh! Muss ich das jetzt gleich alles nochmal machen? Nein! Ist nicht euer Ernst! Bitte nicht! Ich will nicht! Ohhhh... Nee! Ich falle alles rein! In den! Oh! Alles, was geht! Äh... Hallo! Hab ich nix mehr? Oh! Oh! Äh... Warte! Ähm... Nicht böse sein hier! Ja, aber... Äh... Das ist doch... Wir haben gar nix! Voll! Äh... Machen wir mal ein bisschen schneller! Einfach zu! Tschüss! Auf Wiedersehen! Allein das der so... Oh ja! Ich habe nix! Gar nix! Und davon viel! Eine... Boah, alter, Leute! Wartet mal ganz kurz! Ah, Moment. Ich lauf hier mal ein bisschen. Mal ein bisschen. Ja, ich weiß. Böse Gas. Ja, ich hab nichts mehr, um ihn zu schocken. Warum bleibt dieses Ding nicht tot? Ja, das ist die Frage. Autsch. Okay, da muss echt wirklich guter Abstand zwischen denen sein. Hör auf, deine Kackfallen hier jetzt hinzulegen. Alter, renn nicht! Boah! Boah, Alter. Du kleiner Arsch. Oh. Rennst du auch in deinen eigenen Fallen? War so eine Frage. Warum bleibst du stehen? Okay. Fünf Schuss. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ähm. Ich glaub, ich bin falsch gelaufen. Ähm. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Wo ich hin soll. Er kann grad nicht mehr. Äh. Hör auf, deine Scheißballen zu legen. Da waren Teile. Da habe ich jetzt aber keine Zeit für. Da war ein neues Rad. Komm. Nimm es einfach. Ja, und wo jetzt damit hin? Wo jetzt damit hin? Das ist die Frage. Äh. Scheiße. Oh, ja. Hi. Aua. Autsch. Gut, lauf mir noch eine Runde. Nur für dich. Warum? 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 Oh, kacke. Äh. Scheiße. Fuck. Das ist sehr schlecht. Ey, ich seh nix. Ich bin jetzt nicht tot, oder? Okay. Ja. Äh. Jetzt muss ich die ganze Scheiße schon wieder machen. Oh, Alter. Das ist eine geile Folge, du. Herzlichen Glückwunsch, du. Aber jetzt, da lasse ich jetzt noch laufen. Oder ich werd's so schneiden. Keine Ahnung, Leute. Aber. Äh. Äh. Was? Bist du Lebensmittel? Kannst du mal... Äh. Gott. Jetzt steh ich schon so unter Stress. Dass ich gar nicht weiß, was ich gucken soll. Und so. Das ist... Das ist so blöd. So. Moment. So. Und dennoch hast du mich getroffen, du kleiner... Piep. Jetzt wird man nicht frech hier. Und weil er jetzt alles in den Beinen ist mir egal. Geh mir nicht auf die Nerven. Kommst doch sowieso gleich wieder. So. Ich nehme jetzt gleich eine Spitze. Dass ich vorher das schon nicht nehmen kann. Dieses... Dieses Rad. Das finde ich so blöd. Das finde ich ganz ehrlich. Das finde ich blöd. Ich habe ja befürchtet, dass diese Sache jetzt kommt. Das ist so blöd. Nimm, nimm Da ist noch was Nimm Egal was ist, alles was du nehmen kannst, nimmst du Ich und mein Orientierungssinn, ne Ja, jetzt bring dich um Das ist ganz toller, ja Sie ist ein auf die Eierstöcke und auf die Nüsse Warum bleibt dieses Ding nicht tot? Ja, das freu ich mich auch So, komm Moment Oh, mies Oh, ja Ja Oh, Alter Jetzt bleib endlich da unten Ja, wir wissen ja, dass er nicht tot bleibt Äh Kann ich mir das nicht jetzt schon nehmen? Das ist ja mies Ja Hm, hast du gut kaputt gemacht Fein Jetzt hab ich mich schon verlaufen Siehste Nein Oh, er kann schon wieder nicht laufen und ich brech ab und gleich sterbe ich wieder Oh, nee Oh, das ist so ein ätzender Part, Leute Ah, ich bin ganz am Anfang Okay, jetzt weiß ich wenigstens wo ich bin Moment Oh, echt jetzt Ja Ja Oh, wo ist Kasimir? Hier Das nervt mich nicht Ich muss hier Ne, 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 ne Lass mich in Ruhe Ich will nicht mehr Mach zu. Mach einfach zu. Kontrollpunkt. Oh, immer noch nicht vorbei. Ich will. Ich mag nicht mehr. Ich bin ehrlich. Ich mag nicht mehr. Was? Äh, ja. Guten Morgen. Hallo. Nimm das! Oh, endlich. Was ist in dem Safe? Errungenschaft freigeschaltet. Alter, leck mich doch am Arsch, ey. Gott sei Dank. Ich glaub, ich hätt's mich nochmal nervlich überstanden grad. So. Kontrollpunkt. Sehr schön. Aber ich würd sagen, ich verabschiede mich hier für diese Folge. Ich weiß noch nicht, äh, ich guck gleich mal, wie lange es gedauert hat. Es kann auch sein, dass daraus zwei Folgen werden. Weiß ich nicht. Wird mal schauen. Aber wie gesagt, ich werd jetzt die Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wisch euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Tschüss, tschüss.